Hallo ihr Lieben! So, heute habe ich das Unboxing-Video für euch vom Love from Lissy April 2020 Card Kit. Wir legen gleich wieder los mit der großen Tüte und dann mit diesem kleinen Tütchen hier. Als erstes haben wir auch diesen Monat wieder Cardstock drin. Und zwar einmal in so einem Türkiston, dann in so einem satten Gelbton, schwarz, ein weißer Cardstock. Der ist auch alkoholmarkerfreundlich und dann noch diesen lilafarbenen Cardstock. Dann hat es diesen Monat drei 30x30 Bögen drin. Einmal diesen hier, da hat man so schöne Kartenaufleger, wenn man möchte. Oder natürlich aber für ein Mini-Album. Das ist die Rückseite. Dann hat es hier noch so quadratische Kartenaufleger oder für Scrapbooking. Und die Rückseite ist pink. Und hier hat man noch so ganz kleine Aufleger. Und die Rückseite ist so ein Gelbton mit Punkten drauf. Passend zu den Papieren gibt es diesen Monat auch einen 30x30 cm Bogen mit relativ dicken Stickern. Und da sind einmal Sprüche drauf, eine Bordüre und ganz, ganz viele Bildchen für die verschiedensten Gelegenheiten. Zusätzlich sind auch noch Designpapiere mit drin. Und das sind A5 Größen. Und da auch diesen doppelseitig bedruckt. Da hat man immer so eine zurückhaltendere Seite. Hier zum Beispiel so ein Mauve-Ton mit so Schmetterlingen gefällt mir sehr, sehr gut. Dann eine Vespa. Das finde ich auch toll. Und auch hier die Rückseite. Sehr, sehr zurückhaltend gehalten. Finde ich immer gut, dass man so eine Option hat, dass man nicht unbedingt das schreiende sozusagen Papier benutzen muss. Sondern eben auch die Möglichkeit hat von so sanfteren Farben. Grundsätzlich bin ich sonst nicht so der Typ für so knallbunt. Das ist nicht so meins eigentlich. Und zwar einfach, weil ich mehr so der Pastelltyp bin. Das ist halt wirklich Geschmackssache. Aber, und jetzt kommt das Aber. Im Moment, ganz ehrlich, mit der ganzen Situation, die wir hier haben, mit diesem Corona. Das finde ich auch toll. Entschuldigung. Mit dieser Corona-Krise finde ich, Farbe tut einfach gut. Ganz ehrlich, das ist so für das Herz, für die Seele. Ich denke so in dieser Zeit jetzt, wo man viel drinnen auch sein muss, zwangsläufig. Das wird wahrscheinlich auch noch mehr werden. Finde ich, braucht es einfach Farbe. Also das ist so meine Meinung. Und deshalb finde ich, das Kit passt eigentlich jetzt diesen Monat perfekt. Das ist so wirklich so mein Eindruck, so von den Farben, wenn ich das hier so ansehe. Ja. Dann haben wir hier noch drin Glitzer-Sticker. Die finde ich so schön. Dieses Grün. Ja. Die sind echt klasse. Dann das Stempelset ist diesen Monat, sind einfach Sprüche und die sind in Englisch. Ich finde aber, gerade diesen hier, totally beautiful inside and out, also wunderschön von innen und außen. Ich finde den so schön. Ich finde allgemein diese Schrift, finde ich extrem schön und die sieht klasse aus, wenn die embossed ist. Also da freue ich mich schon drüber. Das sind richtig große Sprüche auch. Im kleinen Tütchen drin ist diesmal einmal Band. Und zwar wirklich wieder je, das könnt ihr hier sehen, das sind fünf verschiedene. So ein Petrol-Pink, ein helles Gelb, Weiß und Schwarz. Dann wieder ein Schimmer-Powder. Und zwar dieses Mal in so einem Gelb-Ton. Da bin ich auch schon total gespannt drauf. Dann sind Pailletten drin. Das ist der Pailletten-Mix, auch passend natürlich. Dann sind drin so kleine Umschläge, die sind total niedlich. Dann sind so kleine Klammern und Knöpfe drin. Die sind jetzt in Holzoptik. Dann haben wir hier noch ein bisschen Bling in Form von Perlchen und so Strassblüten. Und die hängen aneinander. Und wenn man möchte, kann man die so auch durchschneiden und dann einzeln verwenden. Dann haben wir eine ganze Packung mit so Motiven. Also mit so Eis, Stift, Schere, finde ich ganz toll. Auch mal für jemand, der bastelt oder näht. So Bücher. Dann größere Motive wie Blume. Sprüche. Häuser. Die finde ich so toll. Die sind Roller. Ja, also da könnt ihr sehen, da ist wirklich sehr, sehr viel drin. Also von Schwan über Taschen, Schuhe, Brille, also auch so Blumenhänger, Koffer, Schlüssel, ein Hefter. Finde ich so toll. Ja, und dann noch so folierte Sprüche. Ja, sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und das sind wirklich sehr, sehr viele. Also ich denke, das kann man hier erkennen, dass das viele sind. Was auch noch drin ist, sind Stanzformen. Und ich muss jetzt gleich dazu sagen, bei mir wurde vergessen, eine mitzuschicken. Eigentlich wäre hier noch eine Stanzform, so ein kleiner, süßer Schmetterling. Den habe ich nicht. Ich muss das dann noch, Lizzie, melden. Vielleicht kriege ich den noch nachgesendet. Ansonsten benutze ich halt einen Schmetterling aus dem Bestand. Aber der wäre eigentlich mit dabei, bei den Stanzen. Da habt ihr nicht nur, in Anführungsstrichen, dieses tolle Fahrrad. Ich finde das so toll. Man hat den Rahmen vom Fahrrad, man hat das separat, dieses Rad. Man hat diese Speichen mit dem Pedal. Und man hat noch so ein süßes Körbchen. Und ja, ich finde das toll, weil dann kann man das aus verschiedenen Farben ausstanzen. Und halt wirklich so ein bisschen was machen. Also da, ja, da freue ich mich echt drüber. Und bin auch schon echt gespannt, wie das dann so wird, wenn das dann zusammengesetzt ist. Und wie gesagt, ein Schmetterling wäre auch noch dabei, den ich leider nicht habe, um euch den zu zeigen. Gut, das war jetzt alles, was vom Kit, im Kit drin ist. Und ich zeige euch jetzt gleich im Anschluss noch meine ganzen Zusatzprodukte, die ich dazu geschickt bekommen habe, die ihr optional euch mitbestellen könnt, wenn ihr mögt. So, als erstes haben wir natürlich wieder die Peel-Off-Sticker als Add-on. Und schaut euch diesen Bogen an. Oh, ich habe, als ich das Paket geöffnet habe, lag das so ganz oben drauf. Und ich, ja, ich habe mich total verliebt in diesen pinken, funkelnden, ja. Ja, ich kann gar nicht mehr dazu sagen. Ich liebe pink und das, ja, das ist doch der Hammer. Ganz ehrlich, das, oh, ja. Entschuldigung, dass ich kurz ausflippe, aber dieser Bogen hier hat es mir echt angetan. Ich finde den so, so toll. Dann haben wir einmal so einen Petrol-Ton in so Wellenform. Dann die Sticker-Linien in einem matten, diamantierten Gold. Und dann noch breite Sticker-Linien in so einem Weiß. Und die sind transparent. Wenn man die irgendwo aufklebt, dann schimmert der Untergrund ein bisschen durch. Die sind echt toll. Die lassen sich zu sehr, sehr vielem kombinieren. Aber mein Liebling ist natürlich dieser Pinke. Ich, ja, habe mich da gleich verliebt. Dann habe ich noch diese hier zugeschickt bekommen. Und zwar sind das Brads. Also könnt ihr hier sehen. Und die passen natürlich perfekt zu den Sachen vom Kit. Und ich finde ja, dieses Kit eignet sich wieder super für ein Mini-Album. Ja, gefällt mir sehr gut. Als nächstes haben wir hier diese Papiere. Und wer von euch diese Live, wie heißen die gleich noch? Project Live. Die gab es mal oder gibt es auch immer noch. Und da sind diese Kärtchen, würden da perfekt natürlich passen. Sind jetzt aber in dem Fall einfach in dem Kit drin. Und die kann man auch ganz, ganz super verwenden, um Karten zu basteln. Oder eben für ein Mini-Album. Also wenn ihr Mini-Alben macht und mögt und das Kit vielleicht eh schon abonniert habt, würde ich mir das vielleicht überlegen, das euch dazu zu bestellen. Weil das sind halt wirklich solche schnellen Kärtchen, sage ich jetzt mal. Ich zeige euch das nur so grob. Aber ihr könnt schon erkennen, das sind die gleichen Muster wie auch bei den Papieren. Halt einfach in so praktischen kleinen Formaten. Also da kann man wirklich gleich so auf eine Karte rauf machen und gut ist. Also wenn es dann mal schnell gehen muss. Und auch hier halt ganz viel auch für Journaling natürlich. Aber die Rückseite ist immer auch verwendbar. Also wenn man jetzt sagt, nee, ich mache kein Mini-Album. Ich möchte einfach nur so ein bisschen zum Dekorieren was haben. Oder für eine Karte eignet sich das sehr, sehr gut. Das sind einmal, ist diese Größe drin. Und dann noch diese, ich nenne die jetzt mal Fotogröße, weil das ist so üblicherweise die Größe von einem Standardfoto. Und auch hier hat man natürlich wieder solche, einmal Journaling, dann aber auch solche Motivkarten mit Rahmen zum Reinstempeln. Also da denke ich, kann man der Fantasie freien Lauf lassen. Halt alles schon perfekt zugeschnitten. Und von der Rückseite her, Muster, also auch hier, man kann das auf eine Karte geben, sowas noch drauf, ein Spruch und fertig. Gerade auch vielleicht kombiniert mit so einem Spruch. Und man hat eine perfekte Karte. Also da, für diejenigen, die sagen, ich tue mich schwer, wäre das eine Überlegung. So, das waren die Zusatzsachen, die ich dazu bekommen habe. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Gesundheit. Bleibt bitte gesund. Und ganz viele Nerven für all diejenigen unter euch, die wie ich jetzt Kinder zu Hause haben, dauernd. Und die bespaßen müssen. Und ja, ansonsten eine ganz kreative Zeit. Und ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis dann. Tschüss.